Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Frank Weber, ich bin im Hause Schulthals Projektentwicklung der Vorstand Technik und für das Planen und Bauen zuständig und verantwortlich. Wir feiern heute den Meilenstein des Richtfestes bei diesem Projekt, sprich die Halbzeit des Vorhabens mit Fertigstellung des Rohbaus. Das Besondere hier in der Großreuter Straße ist sicherlich die Nähe zum Marienbergpark, sprich man hat hier unverbaubare Situationen, ist hier fußläufig unmittelbar im Grünen, liegt aber dennoch auch zentral in Richtung der Innenstadt, also an sich eine tolle Lage. Mein Name ist Jochen Kohler, ich bin Abgeordneter im Bayerischen Landtag und unter anderem im Bau- und Wohnenausschuss. Es ist ein wunderschön gelegenes Bauobjekt, vor allem hier, wir sind gerade hier oben bei den Penthouse-Häusern oder Penthouse-Wohnungen. Es ist wirklich sehr schön gelegen, unverbaubarer Blick, wirklich beneidenswert. Ihr Handwerker hier alle, seid unbehütet in jedem Falle. Der Himmel gebe seinen Segen, euch allen hier auf euren Wegen. Allein, was wären bloß die Beust, hätt vorher nicht geschafft, der Geist, denn ohne Ziel und Recht und Plan die Hand nicht zu scheides bauen kann. Nun bleibt mir nicht viel weiter zu sagen, wer gut arbeitet, der soll auch gut essen. Ich freue mich darauf, Sie gleich zu Speis und Trank zu uns ins Verwaltungsgebäude einzuladen. Bis zum nächsten Mal.